Ah, Grüezi. Grüezi mal, ich bin Hans, Hans Lebensfreude. Ich mache schnell die Musikleislinge. So, ich bin ein bisschen am Fischen daheim. Mal schauen, ob etwas anbeisst. Oh, jetzt hat er etwas angebissen. So, komm. Ja. Hä? Wohler. Schafwohler. Mit dieser kann man den Gutes lesen. Das gibt ja so unwarme Socken. Die ziehe ich auf die Seite. Und weiter geht's. Oh. Das ist ein Schwer. Woh. Eine alte Schwer. Woh. Ja. Ja! Schauen wir mal, was noch umgeht. Ja, was ist denn das? Was? Fettali! Wollt ihr schauen? Ja, das ist ja ganz ruhig. Von der Fasnacht in Luzern. Ja, die ist auch schon durch. Knuppensager. Das geht auch schon zu und her an der Fasnacht. Was haben wir denn noch für ein Fettali? Oh, 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 oh. Ja. Das fängt jetzt wieder an. Berghäuht. Ja, das gibt schon zu tun. Yes, es geht. Dann muss man es vielleicht sogar mit der Blache runternehmen, wenn es ganz gähig ist. Und mit den Ecken schneiden, wenn man nicht mit der Maschine rein kann. Yes, es geht. Ich fische lieber. Oh! Oh, das gefällt mir. Kölbe schwingen auf den Lüdern. Da schaut mal. Ja, auf den Lüdern, das ist im Emmetal. Hey, 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 die starken Männer. Ich wäre eigentlich auch noch ein Schwinger. Vielleicht gehe ich mal. Ja. Genau. Ein Weiberhaken. Und ein kurzer Lätz. Und am Schluss ein sauerer Mostenk. Ha! Die nennen ein Chudu. Jetzt muss ich aber wieder fischen. Das Fischen braucht halt einfach Geduld. Ich will sie nicht mehr länger aufhalten. Ich fische noch ein bisschen weiter und Ihnen wünsche alles Gute. Einen lieben Gruesse. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal! Jürgen 70 рl Untertitelung des ZDF, 2020